Melissa! Melissa, komm mal schnell! Oh Gott! Dominik, was hast du gemacht? Da klemmt die einfach die Kundin auf der Sonnenbank ein. Das darf nicht passieren bei uns. Also sowas geht gar nicht. Herr mal, Dominik, du kannst die Kunden nicht einfach hier unter der Bank einklemmen. Das geht nicht. Ja, das war ja auch nicht meine Absicht. Ja, aber guck mal, du klemmst irgendwelche Kunden ein, dann dieser Süßkram hier, das funktioniert so nicht. Okay, ich werde dir jetzt ein paar Schichten geben, da wohl nicht so viel los ist. Dann kannst du dich ein bisschen einarbeiten. Ja klar, das ist super. Dann machen wir das am besten so. Eine Schicht, wo weniger los ist, das ist ja super!